www.feyyaz.de Er hat den Ball. Ja, aber die Parade vorher, die war sensationell. Sie sind umgefehlt. Jetzt können sie vielleicht kontern. Der Schuss. Da zeigt er, dass ein echter Rückhalter ist für diese Mannschaft. Entschärbt diese gute Chance per Hechtssprung, Buschi. Klasse Aktion. Guter Steilpassier, er spielt den Ball. Gefährlich. Könnte die Führung werden. Tolle Gelegenheit für Bayer. Das muss das 1 zu 0 sein. Musa Diaby. Sie versuchen es. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Ball ist unterwegs. Da muss er sich gar nicht groß anstrengen. Aber vorher natürlich. Riesenparade. Der Ball ist weg. Und jetzt könnte der Gegner angehalten. Da schießt er. Macht sich ganz lang. Was für eine Parade. Da wäre der Platz, um zu flanken. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Klasse aufgepasst vom Torwart. Flügel zieht er jetzt nach innen. Sehr gut von Pepe. Er hat den Ball. Kerem Demir bei. Sie geht in Führung. So kurz vor Schluss. Das Ding müssen sie gewinnen. Nachspielzeit. Torführung. Wir sehen hier nochmal in der Wiederholung eine tolle Aktion und vor allem eine wichtige und vielleicht schon entscheidende Aktion. Vielleicht der Ausgleich. Also wenn er da den Schlenzer nimmt, dann geht er rein. Gut möglich. War eine Riesenchance. Das war's für heute. Schlusspfiff. Es gibt an diesem ersten Spieltag eine Niederlage. Das ist der Fehlstart, den hier in der UEFA Champions League jeder vermeiden wollte. So eine enge Gruppe. Du musst jedes Spiel ernst nehmen. Immer 100 Prozent geben. Sonst kommt eben sowas dabei raus. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Nächstes Spiel trotz Reaktion. Das ist angesagt. Ein gutes Spiel von ihm heute. Kann man nicht anders sagen. Das ist angesagt. Untertitelung des ZDF, 2020